Spawner wir sollen wir den zerstört wenn wir nicht die Idee damit und nun aber hier ist doch noch einer sonst werden die ja gerade nicht gespawnt die Spawner nicht einfach so nein die sind so gespawnt nein das kann nicht sein Tobi die spawnen nur bei Spawnern und an dem Schloss nein an dem Schloss muss noch einer sein da waren nämlich zwei da hinten sind nämlich noch welche ok oh über vier Stacks ja ist doch gut ich habe 20 Zäune und dreieinhalb Stacks ich habe 26 Zäune du kannst übrigens auch wieder farmen ja ja ich möchte eben die Lohre da killen weil je mehr lohnen wir später Stäbel desto mehr Tränke können wir uns auch gleichzeitig brauchen also diese komischen LOL da ist die ok das war jetzt Überraschungseilfe nur alter bleibt ok die ist tot aber die hat natürlich keinen Lohnstab gedruckt hier haben wir die Netawarzen gefunden Tobi ich bin an der alten LOL ich bin an der Stelle wo wir ich bin an der alten LOL ich bin an der Stelle wo wir die Netawarzen gefunden haben und hier sind noch Treppen bist du auch reinzufällig da wo wir gestorben sind äh ne wo bist du denn gerade ja da wo ich vorhin war ich fahre hier ja alles ok aber ja ich nehme im Gegensatz zu dir äh ich fahre gerade Zäune ja nur äh mach ich gerade kann man die eigentlich auch mit einer Axt abfahren geht das schneller nein das sind ja hier äh das ist Stein ja genau Stein Zäune oh dann nehme ich da auch noch den Glowstorm mit der hängt ja gerade so und das ist jetzt voll langweilig irgendwie ja ja klar zumal so wie die sich die Zuschauer fühlen müssen hallo die spielen noch nicht mal naja aber gut aber ich meine wir können muss man halt auch nehmen als Pläder muss man auch mal abfahren oder bauen ja und wenn jetzt wer sich darüber beschwert der wo und ich gucken ganz ehrlich und wenn jetzt ist es wirklich so was manche schreiben äh mach doch was angerätzt das ist voll langweilig das ist genauso wie so aber dann sollen sie entweder vorspulen oder einfach gar nicht gucken und das ist genau so wie ähm jetzt zum Beispiel hier bei Pete Smith die machen jetzt ein Ultratkost ist da und da beschweren sich die meisten auch warum sollten die ganze Zeit Strip mal und so ja was sollen ja anders machen soll die Höhlen erforschen oder so mit Ultratkort da muss man halt zu tun so so wir machen das jetzt einfach nur nicht weil er die wird er in Spanien der Leute alter wenn der Diamanten wollen dann machen wir das auch sehr wahrscheinlich naja vielleicht mal einmal oder so um wo ist das viel als am Anfang wollte der Torben das haben glaube ich meine da wollte ich wieder bauen so richtig geil weißt du damit man so also so richtig wie so eine richtige Miene mit Holzstützen und so die Grundstück klar das ist voll geil so wo ist das Fieber denn woher kommt denn der Schuss alter ach von da da ja dann verschwinde mal wieder der ganze Mensch er kommt aber jetzt wieder ab ja ich bin ich war gerade damit loszuladen abzubauen als mich das viel vom Turm geschossen hat als auch sonst hättest du dich viel mehr aufgericht und gesagt hoher und ich glück wo ich erneut und warum wir für vier Blöcke hoch um Prozent vertreten wie das Gerät ich habe die Jahre ich eben auch schon als erledigt aber die Trocken nur so gut für nie etwas Gutes sondern immer nur eine Kohle oder so voll ist das Geld gespawnt er ist unten wie das Geld die Skeletten normales Geld das von der Hölle je ein Kohle seit wann Sport normales Geld in der Hölle nahmen es ist immer noch eins der Kanäle das will ich mal sehen das hat man leben Fakt Jungs nur so hat er nicht erst mal jetzt hat die mich neu erwischt hat ihn Kaki aber das sind drei Stück Lohr ja da ist noch ein Spawner aber egal ich gehe jetzt mal aus dem Grund die nicht zu ein Kronen man kann ja auch hier die Abkürzung nehmen so ich bin wieder an der Stelle wo du mal gefarmt hast wo bist du an der Stelle wo ich gerade farm lol da sind noch mehr Viecher Lohen und ich höre deine Pickaxe da ist eine Lohr wo farmst du lol jetzt habe ich gerade jetzt habe ich einen Bogenschuss gehört das ist ein Skelett wie das denn nein nicht den Zombie das ist ja krass das habe ich noch nicht gesehen okay ich snack mir mal da hinten die Lohre ne mh das war's schon da ist ein wieder Skelett das erledige ich jetzt lol das ist im Block verpackt wie dumm das ist lol das ist nur ein Knochen ey die ganzen Helmste trocken nur so scheiß Sachen ne hier ist noch der andere Spawner nämlich wenn wir den nicht auch den haben wir auch zerstört lol da ist aber eine Lohre gespawnt ich glaube den haben wir nur eingegraben hier ja das kann sein ich habe schon wieder übrigens drei Lohenstäbe zwei jetzt glaube ich ne haben wir doch nicht eingegraben aber hier ist noch Cobblestone den wir wegmachen können lassen es wollen aber auf jeden Fall steht hier ist doch keiner so ich dachte nur nicht eingegraben es bitte er dann müssen wir später mal ein neues suchen wenn wir die EP-Fan bauen wollen nur warte die erledige ich Aua du bist die leuchtende Fackel ja so dat war's hat leider kein gedroppt 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 hier ist noch ein Lava-Fallus Aumus hier sind noch Zäunus hallo ich habe ganze vier Treppen bekommen durch die eine Stelle da noch ich habe über einen Stack Zäune ja Zäune habe ich auch über einen Stack ein Stack und 16 ein Stack und 15 ein Stack und 19 alter asozial ein Stack und 21 ich habe alle drei bekommen öööö da ist noch eine Lohre wo kommen die denn alle her ja die spawnen auch so alter wie asozial die Viecher sind Bäm ein Stack und 25 ah super ich bin jetzt auf Lohre ich bin heiß auf ich bin heiß auf die Lohre von wo von wo trifft die mich denn alter ist es gerade am Längen boah ich bin dafür dass wir jetzt langsam mal wieder zurück gehen ne 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 warte mal alter hier folgt mir mal warte mal lol wie asozial die ist ok kein Feuerball abgegeben und direkt gekillt so wo bist denn du jetzt ich habe dich aus Tobi wo bist denn du ich habe dich aus den Augen verloren ähm komm einfach da zurück ich bin jetzt da wo du gefarmt ist als ich dich gesucht habe ich höre Magma Slime ich höre ich höre sei mal leise ich höre Magma Slime nein das ist sei leise nein das ist Magma Slime Torben sei mal leise nein Torben ja komm mal klein wo du die Lohre getötet hast ja warte jetzt habe ich ihn verloren der hat sich angehört wie ein normales Slime da wo du die Lohre zuletzt getötet hast da hinten ist schon wieder ne Lohre hier spawnen ja noch genug falls wir mal wieder Lohnstäbe brauchen soll ich gern zweites hier ist ein zweites Schloss wie fuck über mir ist ein Gas okay ich bin da wo ich die Lohre getötet habe ja hier stehen im Gang was ja wo hast du die denn getötet ah ich sehe da hinten Koppel ah ich sehe dich okay schieß doch mit dem Bogen ab man scheiß auf die äh ja mach ich doch aber ich treffe versehentlich immer die Kugeln ja okay das war's und da droppen die EPs aber Gastrainer naja aber da ist ein Gastrainer und Gunpaul ja und jetzt guck mal hier drüben wie geil alter was haben wir im Glück ne den Spawner nicht zerstören falls da also wenn da sind ja welche da kommst du eben mit ja klar ich bin ich gehe nur einen anderen Weg als du boah alter naja warum denn ja weil ich oh das ist mich erschreckt so da müssen wir uns aber trotzdem noch inbauen ah jetzt lächst du nicht naja ich hab ja ich auch ups na das war optimal pass mal auf dass jetzt kein Gast kommt Robi ich höre nämlich einen den musst du direkt abschießen okay lauf 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 lak 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 okay safe da hinten sind Lohn da ist Arbeit für deinen Bogen wo denn da hinten alter ist gerade ein bisschen am rumspacken lol lol okay geh du mal warte ja getroffen gut da komm jetzt alter das ist gerade richtig okay alter ist das am Längen bei mir gerade okay bei mir auch ich sehe nichts ich schlag einfach warte ach da okay gut das war's ähm alter hör mal da oben ist noch was guck mal da könnten Leute ja bei mir auch ich werde immer kurz angehalten wieder alter warte ich sette mal wieder eine Facke so äh hier links hier ah geradeaus nein warte mal hier ist äh der Hauptteil aber hier ist ein Spawner ja okay dann äh boh den mal zu und ausleuchten bitte ich hab keine Fackeln ich ja ja ich höre ihn schon lol ich bin über dem wie über dem ich bin über dem Spawner ah jo da lol 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 die kommen hoch ich sehe nichts ich schlag einfach nur noch okay äh jetzt jetzt verlieren wir Tobi wenn wir uns jetzt nicht zurückziehen wo ist denn hier das Loch ach da es gibt kein Loch wieso ist hier Lava gekommen ah Tobi ich werde abgeballert scheiße ja deck mir den Rücken nein das geht nicht ich hab nur noch drei Leben Tobi scheiße ja dann brauch deine Wand oh Tobi ich bin tot ich auch oh Tobi ja was denn warum gehst du ein Lava Mann ja jetzt sind ich wurde abgeschossen voll Idiot mach Slashback ach stimmt das gibt's auch noch boah Gott sei Dank ey wir müssen wir müssen unbedingt die Plugins runterziehen wegen diesem scheiß Spawn Fehler und Leck Fehler mhm okay jetzt wird erstmal die Wand vollendet ja jetzt Tobi ich will jetzt nur noch zurück ich gehe jetzt auch zurück ja schön ich brauch meine Sachen ja ich hab die nicht die sind in Lava wahrscheinlich da liegt noch ne Axt da liegt nur noch ne Axt ja bei mir leckt das gerade ich kann nichts machen so jetzt stehe ich in Lava bei mir leckt das auch gerade ja so jetzt 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 wieso brenne ich jetzt schon wieder und haben nur noch drei Leben unterscheiden zu ja sorry aber ich fühle mich gerade hier voll verarscht ich bin tot schon wieder ich sehe doch gar nichts ey Teleport nicht zu mir Tornen muss dringend die Plugin auslösen das leckt wie willst okay so kommen wir hier nicht weiter wie ich ey komm lass aufhören dann macht mir auch keinen Spaß ja aber ich möchte gerne nach Hause Tobi wir stehen hier mitten von nee wir hören jetzt hier auch nein soll ich einmal den Server restarten nein das bringt doch nichts klar bringt das was nein ich hör jetzt auch auf boh komm Tobi lass eben nach Hause Torben hm nein ich hör auf ja dann geh ich eben nach Hause du kennst wieso bin ich jetzt schon wieder tot ich ja du teleporte dich gleich einfach zu mir scheiß lol stirb 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 äh warte wir ich hier ist der Weg nach Hause ich sag dir wenn ich zu Hause bin ich beeil mich alter scheiß Gas du triffst mich eh nicht ich bin zu schnell oh da hinten sind Lohn gespawnt ey warum spawn die denn da einfach alter Tobi hör auf mit dem Scheiß ja lass aufhören ja warte kurz Tobi bitte ich stehe mitten im Lohn ja dann hör jetzt einfach auf warte Junge Tobi du bist so dämlich ja hör doch einfach auf ja warte du kannst doch aufhören ich möchte eben noch nach Hause gehen ne ne du machst das nicht alleine ne du machst das nicht alleine so paar dumm cool Bilder so ähm ähm ok jetzt muss ich äh hier zurück runter Tobi ja mach mal ganz kurz Pause Tobi nein warte jetzt kurz ich möchte nach Hause ja mach doch mal ganz kurz Pause ja ok so ich renne jetzt noch eben nämlich nach Hause hier weil ich einfach keinen Bock hab hier mittendrin so richtig geil zu stehen und dann in der nächsten Folge von jedem Vieh angefallen zu werden da hab ich echt keinen Bock drauf und wenn der Tobi jetzt so beleidigt ist ja Tobi es tut mir leid aber ich hab keinen Bock drauf nächste Folge direkt zu sterben an euch es tut mir auch leid weil der Tobi jetzt nicht mitmachen kann aber ach oh mein Gott ey das ist doch echt asozial das ist doch echt asozial alter fick dich fick dich ok Nummer 1 ist weg jetzt die scheiß Büro ok die ist auch weg krieg ich noch einen Lohnstab sehr gut komm her du scheiß Skelett komm her wenn du Stress willst das war wieder Kohle und ein Knochen ok auch weg sehr gut ok da ist noch ein Ghast irgendwo oh Gott jetzt heißt es rennen ok save save ok so 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 wer der Tobi sich natürlich nächste Folge also wenn wir wieder auf den Falsch gefühlen weil ich ihm gesagt habe dass ich auch ausmache aber ich renne auch eben nach Hause ne aber direkt danach mache ich jetzt auch aus wenn ich zuhause bin also wenn wir zuhause sind weil wir dann auch aufhören müssen oh Gott da ist wieder ein Gas da ist wieder ein Gas so ähm wenn ich jetzt jetzt zuhause bin dann mache ich aus so ähm da warte wo sind sind wir jetzt gleich schon am Portal oder oder ne warte wir müssen da lang jetzt sind wir wieder auf der Fläche wo wir die Pig Zombies gejagt haben ja da runter ok runter 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 weiter rennen rennen ahja naja so verdammt 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 au so so alter diese Gas fichert die Regen auf die Regen auf 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 komm schon hoch da so da oben ist das Portal endlich 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 dann sind wir ja gleich zuhause also jetzt sofort und dann mache ich auch aus mhm 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 so hoch da rein da so und aus der Scheiß so ja an dieser Stelle würde ich dann auch mal sagen bis zum nächsten Mal ich hoffe es hat euch wieder gut gefallen und äh ja wir sehen uns dann nächstes Mal wieder bis dahin ciao ciao äh jetzt ciao sorry an Tobi ne gut ali Platt lä da